Was ist ein Wunsch, wenn ein Wunsch in dir auftaucht? Ich sage jetzt ganz bewusst, du bist im Meer und jetzt taucht ein Wunsch in dir auf. Das ist, dass du mal ein Gedanke willst, das ist eine Vorstellung, ein Wunsch ist der Gedanke an etwas, was du jetzt denkst, was du dir aber selber einredest, dass du nicht hast. Musik 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 Das heißt, wenn du einen anderen Schwamminhalt hast, ist das komplett austauschbar. Stimmt oder stimmt? Das heißt, wenn du einen anderen Schwamminhalt hast, ist das ein Zeug. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das Holophilien geht weit über das, was dir eh so gut ist oder all das ganze Zeug erklären, weil die immer bauen auf diesen falschen Auslegungen in der alten Heiligen Schrift. Das ist verkompliziert, das ist zerdacht.